Hallo Leute und Willkommen zur nächsten Folge von EasyMC. Ja, die Folge wird wahrscheinlich ein bisschen kürzer. Ja, kann man auch vielleicht schon hören. Ja, ich bin etwas krank und deswegen wird sie eben auch kürzer. Ja, als erstes wollte ich mal ganz kurz sagen, da ich keine Pause machen will, also nicht schon wieder eine Pause machen will. Okay, ja, es ist jeden Tag ein Video gekommen, aber das wird also eine Pause oder keine Videos kommen. Ja, das will ich eben nicht machen und deswegen versuche ich heute etwas später am Nachmittag da noch ein paar Sachen aufzunehmen, dass ich heute eigentlich, ich hätte heute sehr viel vorgehabt aufzunehmen. Ja, aber da wird, da muss ich ein paar Sachen streichen. Ja, das wird dann wieder PvP-Zeug und so sein. Und ja. Und weil keine Facecam kommt, das klärt sich glaube ich von selbst. Aber ich quatsch nur und ja. Ach ja, eins wollte ich noch sagen. Es kann sein, dass ich mich heute ein paar Mal muten muss. Also, ähm, ja. Und das Dumme ist, ich habe kein Schwert mehr. Scheiße, Scheiße. Was machen wir jetzt? Äh, als erstes ins Haus rennen. Nein. Ne. Ne. Scheiße. Nein. Nein. Ah, lass mich doch in Ruhe. Nein. 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 Nein, 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 nein. Ich muss die ganze Zeit sofort machen. Ah, lass mich. Lass mich in Ruhe. Nein, noch eine. Alter. Ach, Gott. So, Entschuldigung, falls man das gehört hat. Ich... muss mich irgendwie in Sicherheit bringen. Ist ja irgendwo... Ach, nee, scheiße. Ich renne jetzt einfach in ein Haus rein. Nur damit ich kurz mal sicher bin. Und mich muten kann. Ganz kurz, Moment. So, wieder da. Ich hatte kein Schwert oder so, dass ich mir ganz kurz ausbauen kann. Ich habe nämlich nichts mit. Also fast nichts. Und zum Essen auch nicht. Ich baue mir halt zwei Holz aus, muss ich mir merken. Eins, zwei. Und so. Nein. So. Steinschwert. Zu essen hat er mir nichts. Nee. Da hätte ich zu wehenden anderen gehen sollen. Äh. Wie sind da die Preise denn im Shop? Habe ich mir noch gar nicht angeschaut. Fünf Kürbis gegen ein Eisenbaum. Zwei Snacks. Ah, Ste... Snacks. Stecks Erde gegen ein Eisenbaum. Ein Stack. Ein Stack. Pflastersteine gegen... Okay. Nein. Ich habe jetzt nichts mit. Ich nehme eine Kürbiskuchen. Die 5 und springen gleich in den Eisenbahn. Aber jetzt ist die scheiß Hexe drinnen. Und auch nicht. Okay. Ich habe kein Essen mehr. Ah, hier. Ich weiß ja gar nicht, wo man das jetzt reinlegt. Ich schätze mal in die Truhe. Was ist hier? Ah, okay. Leg das einfach mal da so hin. Gut. Ja. Moment. So. Entschuldigung. Ähm, ja. Ganz still. Naja, egal. Auf jeden Fall, heute ist der 26. Ja. Nächstes Thema. Morgen geht wieder... Äh, die... Oder ne, ist ja online, aber es geht die neue Website online. Die... Äh, Moment mal, heißt die schon? Ich weiß auch nicht, die wird wahrscheinlich schon... To... ToGamer. ToGamer.com heißen. Ja, genau. Ähm... Ja. ToGamer HD. Gut. Jetzt gehe ich... Ein bisschen in die Mine und ich sehe das... Aber das an, noch nicht schlecht. Oh. Ähm, tut mir leid, ich habe es wieder mal übersehen. Au. Gut. Viel zu essen habe ich auch mit, ja. Ach ja, das, was ihr, glaube ich, noch gar nicht gesehen habt. Ich habe das Grundstück vergrößert. Das ist jetzt hier. Moment, das kann ich mal zeigen. Kann ich mir auch gleich was zum Essen mitnehmen. So. Komm. Gut. Ähm, ja. Ja. Ist jetzt größer. Und hier, die... Ich habe das gar nicht gezeigt. Äh, seht ihr, so dumm bin ich. Ähm, hier das Hühnerspaßbad. Ja, etwas geklaut, aber egal. Ähm. Ähm, 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 ähm. Ja, hier ist dann noch Platz zum Bauern. Und ja. Jetzt soll ich mir einmal schnell... noch mehr zu fräsen. Das ist... ...diese, oder? Ja. Das, das... Ja, wir haben ein wenig Weizen, aber, ja. Ja. Äh, okay, das reicht, glaube ich. Oh. Ops. So. Die Folge ist auch gleich schon wieder vorbei. Ich weiß gar nicht, äh, ob's... Äh, ob sich das jetzt lohnt, äh, dass man da... ...dass wir da jetzt noch irgendwie... ...in die Höhle gehen. Da. Hä? Schnee? Egal. Ähm. ... ...ist dabei. Kohle... ...und dann ist es aus. Dann nehmen wir noch ein bisschen Kohle mit. Oder ne. Ich sollte lieber mal die Folge beenden, würde ich sagen. Ja. Dann beende ich sie hier. Ich komme jetzt nicht drüber. Gut, ähm. Dann würde ich sagen, äh... ...bis zu, äh, die... ...omment mal. ...bis zu... ...die nächste Mal... ...bei ICMC oder irgendwas. Mal sehen, vielleicht heute, ähm... ...noch... ...irgendwie was PvP-artiges. Also, zumindest aufnehmen. Ähm, mal sehen. Gut, dann würde ich sagen, das war es auch mit dieser Folge. Und bis zu die nächste Mal, habe ich jetzt gerade gesagt, bis ich es noch mal sage, weiß ich nicht. Äh, ja, gut. Dann, ciao.